Die Top 5 Harman Kardon Go & Play Produkte Ich habe die JBL Flip Essential 2 Bluetooth Box gekauft und bin total begeistert. Die Box ist wasserdicht und kann, dank des Tragegriffs, überall hin mitgenommen werden. Der Sound ist wirklich herausragend und ich bin überrascht von dem Bass, der aus dieser kleinen Box kommt. Es ist wirklich unglaublich, dass man bis zu 10 Stunden kabellos Musik damit abspielen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass die Box unterwegs schlapp macht. Ich kann die JBL Flip Essential 2 Bluetooth Box jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem tragbaren Lautsprecher mit tollem Sound ist. Ich bin begeistert von den JBL Control 1 Lautsprechern. Die kompakten Satelliten-Lautsprecher sind richtig robust und passen perfekt in mein Regal. Die Studiomonitor-Lautsprecher liefern einen tollen Klang, mit klaren Höhen und kräftigen Bässen. Auch wenn ich die Lautstärke aufdrehe, bleibt der Klang klar und deutlich. Besonders gut gefällt mir auch das schlichte schwarze Design, das sich harmonisch in mein Wohnzimmer einfügt. Ich kann diese Lautsprecher jedem Musikliebhaber empfehlen, sie sind ihr Geld auf jeden Fall wert. Ich bin wirklich begeistert von dem JBL Boombox 3. Der kabellose Bluetooth-Lautsprecher ist perfekt für den Einsatz im Freien und Drinnen geeignet, da er wasserdicht ist und eine lange Akkulaufzeit von 24 Stunden hat. Darüber hinaus war ich begeistert von der klaren Klangqualität und den tiefen Bässen. Die Verbindung mit meinem Smartphone war auch kinderleicht und ich konnte direkt meine Musik abspielen. Das einzige, was ich vermisste, war eine Fernbedienung, um die Wiedergabe von weiter weg zu steuern. Insgesamt bin ich jedoch sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann diesen Lautsprecher jedem empfehlen, der ein portables und leistungsstarkes Soundsystem benötigt. Ich bin begeistert von der JBL Flip 4 Bluetooth Box in blau. Der tragbare Lautsprecher ist nicht nur wasserfest, sondern bietet auch eine Freisprechfunktion und einen Sprachassistenten. Ich kann meine Lieblingsmusik bis zu 12 Stunden drahtlos streamen, ohne den Akku aufladen zu müssen. Die Box ist sehr kompakt und einfach zu transportieren. Die Klangqualität ist fantastisch und der Bass ist beeindruckend. Ich liebe es, diese Box bei Picnics oder am Strand zu nutzen. Ich kann die JBL Flip 4 Bluetooth Box jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen tragbaren Lautsprecher sucht. Ich habe den JBL Charge 3 tragbaren Bluetooth-Lautsprecher gekauft und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Die Klangqualität ist ausgezeichnet und die Tatsache, dass er wasserdicht ist, macht ihn perfekt für den Einsatz am Strand oder am Pool. Die 6000 mAh Powerbank ist sehr praktisch, um mein Handy aufzuladen, wenn ich unterwegs bin. Die Freisprechfunktion funktioniert einwandfrei und ich kann problemlos Telefonate tätigen, ohne meine Hände zu benutzen. Insgesamt ist der JBL Charge 3 ein großartiges Produkt und ich würde ihn jedem empfehlen, der nach einem tragbaren Lautsprecher sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.